Mein lieber Steinbock, du bekommst auch in diesem Jahr viele positive Unterstützer und zwar von Jupiter, von Saturn, von Uranus und von Neptun. Und du bist besonders verbunden mit dem numerologischen Jahr der Acht und dann bekommst du wichtige Auslöser von allen vier Finsternissen. Und jetzt begrüße ich dich ganz, ganz herzlich. Mein Name ist Bärbel Roy und ich stelle dir ganz einfach mal kurz eine wichtige Frage. Willst auch du als Selbstständiger, als Führungskraft oder jemand, der gern sein Leben selbst in die Hand nehmen möchte, die Macht der Zahlenwirkung von Numerologie und Astrologie für deine geschäftlichen, persönlichen und finanziellen Entscheidungen nutzen? Dann komme ganz einfach in ein persönliches Beratungsgespräch zu mir unter www.bärbel-reu.de. Entweder in den Menüpunkt Beratung anklicken oder auch den Slash Beratung nutzen. Die Links findest du dann immer in der Beschreibung hier in meinen Veröffentlichungen. Ja, dieser horizonterweiternde Blick, den ich auf die aktuellen Entwicklungen werfe, ist bereits in aller Munde. Und ich sage mal so ganz ehrlich, wer will schon der oder die Letzte sein, die den Nutzen aus dieser Wissensbibliothek verstanden hat? Wenn das für dich zum Beispiel ein Thema, ein interessantes, spannendes Thema ist, dann komme auch gern zeitnah in ein kostenfreies Kinderangespräch und ich schaue mir an, was für dich jetzt eigentlich für dieses Jahr schon mal vorgesehen ist. Das geht dann natürlich auch wieder unter meinem Calendly-Link, den findest du auch hier in den Beschreibungen. Tja, und jetzt geht's in dein Jahreshoroskop für alle Steinböcke und Steinbock-Ascendenten. Das Sonnejahr 2024 und hier besonders das numerologische Jahr der Acht hat sehr wichtige Bedeutung für dich. Ja, die Zahl Acht wird deinem Sternzeichen zugeordnet und sie weist strukturierende Saturnkräfte auf. Und das kommt dir natürlich auch entgegen. Und wer, wenn nicht dein Steinbock, kann mit so einer Saturnqualität zielführend umgehen? Das ist dein Zeichenherrscher. Und auch wenn sich immer wieder auch Einschränkungen mal abzeichnen, kannst du durch deine Disziplin und Ausdauer auch in den wichtigen Phasen, die da anstehen, auch wirklich Erfolge produzieren. Und du bekommst hier zusätzlich auch in diesem Jahr von Neptun, unserem Seelentieftaucher, den intuitiven Zugang, um nicht nur an den materiellen Bereich zu beschauen, denn auch da eben halt, wie du die Möglichkeit bekommst, eben aus dem großen Teich des Wissens weiter zu schöpfen. Und das hilft dir dabei, auch zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, die richtigen Aktivitäten zu setzen. Du darfst ruhig deiner Intuition noch mehr vertrauen und dir auch noch mehr folgen. Und davon profitieren hier ganz besonders in diesem Jahr die Geburtstage der dritten Dekade. Uranus, unser Überraschungslieferant, unser Revoluzzer, ist ebenfalls weiter günstig mit dir im Kontakt und sehr beschäftigt, dir Impulse, aktive Impulse zu senden. Hier betrifft es auch wieder die dritte Dekade der Geborenen. Und das sind einfach auch Themen, die so innovative Eingebungen zu dir senden, die das Leben auch entscheidend bereichern und verändern können. Schalte ganz einfach auch immer wieder mal deine Antennen mehr auf Empfang, damit du auch die tollen Ideen tatsächlich bei dir ankommen lassen kannst. Und das können dann auch überraschende Begegnungen oder spirituelle Erfahrungen oder eben halt auch technische Neuheiten sein, die sich da für dich positiv ins Leben bringen. Und denke auch daran, dass du nicht immer alles alleine bewältigen musst. Da weiß ich ein Liedchen davon zu singen. Ja, die Geborenen der ersten und zweiten Dekade Steinbock bekommen einen hilfreichen Saturn an seiner Seite. Du kennst dich ja sehr gut aus mit Saturn, ist dein Zeichenherrscher und er gibt dir zusätzlich gute strategische Grundverständnissen, Organisationsfähigkeit, nochmal Ausdauer dazu und diszipliniertes Durchhaltevermögen. Und das solange, bis du auch deine Ziele erreicht hast. Deine Führungsqualitäten stehen außer Frage. Und dann haben wir natürlich hier auch bis zum 26.15. den Glücksplaneten Jupiter im Stier noch günstig zu deinem Sternzeichen platziert. Und wenn du jetzt in die Aktion trittst, dann hast du natürlich auch allerhand wichtige Player an deiner Seite und auch wirklich glückliche Fügungen mit von der Partie. Erwähnen möchte ich auch noch unbedingt, dass die Geburtstage, die letzten Geburtstage in der dritten Dekade, die vom 16.1. bis 20.1. noch einmal mit dem transformierenden Themen von Pluto konfrontiert werden. In der Zeit vom 1.9. bis zum 19.11. In dieser Zeit wandert Pluto nochmal in den Steinbock und hier will nochmal der letzte Feinschliff getan werden, was den ganzen Transformationsprozess betrifft. Damit auch endgültig die Themen, die da angestanden haben, zur Aufräumarbeit, zur Erneuerung abgeschlossen werden können. Ja und nun mischen auch die Finsternisse in diesem Jahr nochmal richtig ordentlich mit. Und die liefern dir hier richtige Aufwachpotenzial, Aufwachelemente. Das beginnt mit der Mondfinsternis vom 25.03., dann die Sonnenfinsternis am 08.04. und die Sonnenfinsternis am 02.10. Die sind richtig ordentliche Antreiber für dich, damit was in Bewegung kommen kann. Und diese Finsternisse bewegen sich auf der Achse Widder und Waage und aktivieren alle Themen, die mit Beziehungen, mit Selbstbehauptung auch zu tun haben. Und die Mondfinsternis am 18.09. steht dann in der Jungfrau und gibt dir sehr harmonische Impulse für alle organisatorischen Arbeitsabläufe und für Planungen. Da kann es nochmal in die nächste Energiestufe gehen für dich. Meine Empfehlung an der Stelle ist wieder natürlich, komme gerne in ein Beratungsgespräch zu mir. Dann kann ich genauer schauen, was es gerade bei dir zum Beispiel dran ist und worum es da geht. unter www.barbel-roll.de, Menüpunkt Beratung anklicken oder du guckst hier unten in der Beschreibung, sind ja die Links auch eingestellt. Jetzt habe ich natürlich für dich auch die Zeiten der Liebe in 2024. Und da ist vom Anfang des Jahres bereits eine hilfreiche Zeit, wenn 23.01. bis zum 16.02. die Venus in deinem eigenen Zeichen unterwegs ist und das gibt dir natürlich auch zusätzlich stabile, ehrliche und verantwortungsvolle Impulse. Wichtige Entwicklungen bekommen dann durch Saturn auch sehr realen Boden unter den Füßen und es ist eine sehr gute Zeit für langfristige verbindliche Kontakte. Ab dem 11.03. bis 5.04. verwöhnt dich dann Venus in den sensiblen Fischen und das macht sehr sinnlich, sehr mitfühlend, verträumt und natürlich auch verliebt. Es aktiviert auch deine künstlerische Ader und in dieser Zeit verbindet sich Venus dann auch mit Saturn und fordert hier auch noch den anderen Realitätsblick. Aber damit kannst du ja eigentlich auch ganz gut umgehen. Ab dem 29.04. bis zum 23.05. wandert dann die Liebesgöttin durch den Stier und das bringt sehr viel Sinnlichkeit in dein Leben und in dieser Zeit trifft dann die Venus auch auf Uranus und da bringt es das Liebesleben ordentlich in Schwung. Plötzliche Liebesabenteuer sind da möglich und die letzten Geburtstage bekommen Venus und Jupiter in Umarmung in einer günstigen Position zu der eigenen Sonne und das verspricht auch Glücksenergie. Vom 17.06. bis zum 11.07. kommen sehr emotionale Kräfte über die Venus im Krebs und das ist auch eine wichtige Zeit der kreativen, weil es ist eine kreative Spannung, steht also dir genau gegenüber und diese Venus, die lässt dich jetzt natürlich auch deine Familienthemen mal genauer anschauen. Man kann sich auf jeden Fall der Familie widmen, auch den Kindern. Unternimm einfach etwas mit deinen Lieben und schenke dir auch selbst mehr Aufmerksamkeit, pflege einfach auch dein inneres Kind. Das tut allen Beteiligten auf jeden Fall gut. Vom 5.08. bis zum 29.08. steht dann die Venus in der Jungfrau sehr hilfreich für dich und das ist eine sehr loyale und verlässliche Venus-Position und du kannst da auch sehr wesentliche Dinge auf solide Füße stellen. Vom 23.09. bis zum 17.10. wird es dann ordentlich leidenschaftlich, denn Venus wandert in den Skorpion und mit Venus im Skorpion ist die Liebe immer sehr transformierend. Da kann es auch sehr leidenschaftlich und eng werden. Ja, vom 11.11. bis zum 7.12. gibt dir dann nochmal die bodenständige Venus in deinem Zeichen mehr inneren Halt und versorgt dich mit sachlicher Beständigkeit. Jetzt kannst du in Beziehungsangelegenheiten auch nochmal klare Entscheidungen fällen und Nägel mit Köpfen machen und dich einfach auch zu einer Liebe, wenn da eine Liebe ist, auch bekennen. So, und jetzt habe ich natürlich für dich auch die Zeiten der Kraft mit Mars in 2024 und da ist gleich vom 4.1. bis zum 13.2. ein starker Impuls von Mars in deinem eigenen Zeichen unterwegs. Das verleiht viel Energie, Ausdauer, Durchhaltevermögen und das hast du ja sowieso schon, aber das bekräftigt nochmal die ganzen eigenen Steinbock-Energien. Und dazu gibt dir dann auch das günstige Verbindung mit Jupiter und da auch nochmal Uranus dazu. Das gibt nochmal richtig Schwung, aber da habe ich in dem ersten Teil schon einiges dazu gesagt. Ab dem 23.3. bis zum 30.4. unterstützt dich dann Mars in den Fischen und du bekommst intuitive Eingebungen und kannst den Impulsen mehr folgen. Nutze auch diese Impulse, damit du einen tieferen Zugang auch zu dir selbst bekommen kannst, zu deinen eigenen Bedürfnissen und auch in dieser Position steht dir der Mars günstig zu Uranus und Jupiter und er unterstützt dich dann auch in deinen Maßnahmen. Warte einfach nicht zu lange, sondern geh einfach deinen Weg. Ab dem 9.6. bis zum 20.7. läuft dann der Mars durch dein befreundetes Sternzeichen Stier und da sind dann alle Angelegenheiten auch nochmal zusätzlich mit viel Power versehen. Da kannst du auch nochmal deine Batterie gut aufladen und dich auch tatsächlich an wichtige und größere Projekte wagen, denn dafür ist genügend Ausdauer dann vorhanden. Vom 10.7. bis 20.7. steht dann der Mars mit Uranus in Umarmung. und das sind dann große Kräfte, die da aktiviert werden und die können sehr verändernd wirken, also viel in Bewegung bringen und die Geburtstage der dritten Dekade stehen da besonders im Fokus. Es ist also eine aufregende Phase, die dich regelrecht richtig in Anschub versetzt, kann man so sagen. Der Energieplanet steht dir vom 4.9. bis 9.11. dann noch in einer kreativen Spannung gegenüber, direkt im Krebs und das verstärkt natürlich auch nochmal die intuitive Wahrnehmung und dein Gespür verstärkt sich auch. Du musst nur gut damit umgehen lernen, denn im Krebs kann auch der Mars so ein bisschen launisch sein. Das kann also auch diese Anteile mitbringen. Lass dich inspirieren von den Fähigkeiten, die damit sich zeigen und dass du eben halt auch genau merkst, wann, wofür der richtige Zeitpunkt ist, denn diese Energie im Krebs aktiviert für dich diese Wahrnehmungsfähigkeit. Das verstärkt auch zusätzlich die Regenerationskräfte. Ja, und jetzt nochmal der Tipp, an den ich komme, in ein Beratungsgespräch zu mir und da hast du natürlich die Möglichkeit, genauer zu schauen, was denn jetzt für dich dran ist oder in ein kostenfreies Kinderangespräch, wo wir uns erstmal begegnen können und du schaust, was für dich denn da mit deinem Beratungsgespräch vielleicht auch an Möglichkeiten besteht. Ich habe ja auch Coachings. Ich mache verschiedene Coachings im Angebot, ein Vier-Wochen-, ein Acht-Wochen- und ein Zwölf-Wochen-Coaching. Da kannst du in einem Vorgespräch zu mir kommen, um zu schauen, ob du eine Begleitung für diese Zeit mit all den Themen, die wichtig sind, die du in die Welt bringen möchtest, dass diese dann auch wirklich punktuell mit Numerologie und Astrologie gut unterlegt sind. Ja, wir wollen ja mit der Energie gehen, damit der Schwung behalten bleibt. Ja, und an der Stelle beende ich jetzt meine Ausführungen für dich, für das neue Jahr, für dich, mein lieber Steinbock und Steinbock-Ascendenten. und ich wünsche dir ein sehr erfolgreiches, ein kraftvolles, ein umsetzungsstarkes und ein Jahr, was dich wirklich in neue Dimensionen bringt. Das Sonnejahr 2024 soll es dann sein und das Jahr der Acht. Sei jetzt erstmal ganz, ganz herzlich gegrüßt von mir, Babel Reuter, eine Astrologin. Tschüss, mach's gut, alles Liebe.